Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Wir machen heute Morgen eine grüne Kerze an, weil grün ist das Herzchakra. Es geht um die Liebe. Es geht um sich zu öffnen für die Liebe. Es geht aber auch darum, sich mit der Liebe aktiv zu befassen, Liebe zulassen, Liebe geben, Liebe aufnehmen, alles so ein bisschen in den Einklang zu bringen, in Harmonie mit sich selber zu sein, mit allen Menschen. Auch wenn man denkt, dass der eine blöd ist, der andere nervt. Es geht darum, alle Menschen, so wie sie sind, in Liebe auch zu akzeptieren. Denn jeder ist, wie er ist und jeder hat seine Themen und das ist auch etwas, was man halt akzeptieren muss, darf, kann, soll. Ich sage immer muss, weil es ein Prozess ist für jeden. Jeder steckt in einem Prozess. Und wenn man möchte, weil das ist ja das, was wir alle suchen im Prinzip, das Glück, die Leichtigkeit, die Liebe sozusagen. Und deswegen ist es ein Muss, hier in Liebe jeden, so wie er ist, sein lassen zu können, weil man auch gar nichts dazu tun kann oder machen kann, um diesen Prozess zu beschleunigen. Das wäre dann ja auch gleichzeitig ein eigenes Thema, was man hat, wenn man den Prozess eines anderen beschleunigen würde wollen. Und somit macht es halt auch keinen Sinn und deswegen geht es immer nur darum, in Liebe mit diesem Wohlgefühl loszulassen. Und das ist die Aufgabe und das ist das Thema. Ich frage mich gerade, was das hier für ein grüner Punkt ist. Ah, okay, der klebt am Handy. Ich weiß gar nicht, ob ihr den wahrscheinlich dann gar nicht seht. So, ich möchte eine Karte für die Tagesenergie. Wir sind ja im Endspurt. Weihnachten steht vor der Tür, Heiligabend steht vor der Tür. Die allermeisten freuen sich schon auch richtig drauf. Ich freue mich auch auf die ruhigen Tage, der Besinnung, den Genuss der Nächte, die einfach gerade so vielsagend sind. Und dann haben wir natürlich auch am 23. also morgen Neumond. Da schwingen auch nochmal schöne Energien mit. Und jetzt gucken wir uns erstmal die, ich muss mal die Kerze wegstellen, weil ich brauche Platz. Ich brauche ganz viel Platz. Ich achte da nie drauf, wie meine Karten sind, weil ich möchte ja, dass alles so ist, wie es sich ergibt. Aber ich schließe die Augen, wenn ich eine Karte ziehe. Das heißt, ich sehe auch gar nicht, welche hier jetzt offen sind. Ich würde mich ja sonst selbst belügen, würde gar keinen Sinn machen. So, was haben wir hier? Der Page der Münzen. Das ist der Neubeginn. Ich glaube, gestern hatten wir das Ass der Schwerter. Kommunikation, die Möglichkeit etwas zu klären, etwas zu entscheiden auch. Sich für sich selber zu entscheiden. Für die eigene Entschlossenheit zum Beispiel auch zu entscheiden. Und heute haben wir genialerweise den Page der Münzen. Das ist etwas, was gerade entsteht. Und man sieht auch hier so schön mit der Krake hier dargestellt. Vielleicht gab es schon viele scheinbare Neubeginne hier mit den Fühlern. So nach dem Motto, hier ist ein Sack mit Losen. Ja, aber nur ein Los ist der Hauptgewinn. Und alles andere sind Nieten sozusagen. Dann geht es jetzt um genau diesen Hauptgewinn, weil es jetzt darum geht, etwas Handfestes, etwas Sicheres zu beginnen. Durch die Erkenntnis, womöglich durch gestern, ja zum Beispiel, oder durch die Klarstellung von gestern, entfacht oder erwacht jetzt hier etwas, was Hand und Fuß hat. Etwas, was sicher ist. Etwas, worauf man bauen kann. Ja, das ist die Tagesenergie von heute. Ich wollte eigentlich ein komplett anderes Video machen, weil so viele in einer Dreieckkonstellation sind und ein Thema darüber machen. Aber, wir lassen es jetzt einfach so laufen. Ich möchte jetzt lieber wissen, um was es hier geht bei diesem ernsthaften, schönen Neubeginn. Was wurde manifestiert bei ganz vielen, was jetzt geschehen darf. Ja, weil die Münzen stehen ja auch immer für das Manifeste, für das, was Hand und Fuß hat, ja, manifestieren hat, ja, kommt von Mano, Mani, von Hand. Alles, was man erschaffen kann, ja, neues Geschäft, eine neue Arbeit, eine neue Baustelle, vielleicht für manche Handwerker oder eine neue Baustelle in Anführungsstrichen als Thema, als Beziehung, als Geschäftsidee, als egal was, ist alles mögliche. Aber es geht ums Manifestieren. Was wurde hier manifestiert? Ja, schau dir das mal an, hier haben wir den Page der Kelche, hier wurde Liebe manifestiert. Hier kommt ein Mensch auf dich zu, ein Mensch mit geballter Kraft. Ne, so rum war das. Hier sprießt Lebendigkeit, Liebe, Gefühle, Herzensangelegenheit, die jetzt in großen Schritten auf dich zukommt. Also, hier meldet sich jemand, hier kommt jemand auf dich zu, hier kommt etwas auf dich zu, sei es bei der Arbeit, sei es in der Liebe. Aber wir bleiben jetzt mal oder fokussieren uns mal auf die Liebe, weil das die meisten interessiert. Aber für dich als Hinweis, es kann alles mögliche sein, ja, weil viele sind vielleicht in gar keiner Verbindung oder Partnerschaft, zumindest nicht offensichtlich, sind gerade dabei, sich etwas aufzubauen, sich selbstständig zu machen oder sonst irgendwas. Dann würden diese Energien halt auf eine solche Situation zutreffen. So, und hier sehen wir zum Beispiel, dass sich hier etwas mit einer Person angebahnt hat, die eigentlich ursprünglich auf Affäre aus ist, ja, weil das ist die typische Karte für Affäre, Leidenschaft, so Wow-Effekt. Ja, man lernt jemanden kennen, der nicht zum Bremsen ist, der keine Angst vor Risiko hat, der sich auch nicht schämt, der sich nicht traut, der sich nicht zurückhält, sondern jemand, der sich einfach nimmt, was er möchte. Und dabei auch noch total zärtlich wahrscheinlich, total leidenschaftlich ist. Und der bleibt aber hier am Ball. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, das ist halt jemand, der eine Affäre sucht, ne, der halt irgendwie keine ernsthaften Gedanken hat oder keine festen Gedanken hat. Einfach so ein leidenschaftlicher Lover, der sich aber auch nicht binden lassen möchte oder sich binden lässt. Der bleibt aber hier dran und mit dem König der Münzen, was jetzt einerseits ein Hinweis darauf sein könnte, dass er ein Erdzeichen ist und es daher halt eben auch ernst meint, weil Ernst, Erdmännchen sind, Erdmännchen, Erdmännchen sind meistens nicht an One-Night-Stand oder lieblosem Geplänkel interessiert, sondern die wollen alles auch immer absafen und in trockenen Tüchern haben. Und dadurch, dass wir hier den König der Münzen haben, ist es halt auch jemand, der sich seiner sicher ist, ne. Aber es hier womöglich begonnen hat in einer zügellosen, heißen ersten Nacht zum Beispiel, aber der hier auch ernste Absichten hat und es einem halt so vorkommt. Oder er vielleicht das jetzt so als leidenschaftlichen One-Night-Stand gesehen hat, aber tatsächlich hier halt sogar dran bleibt. Es aber dann halt zu einem Rückzug kommt oder zu einem Stillstand erstmal kommt, zu einem Rückzug, der womöglich schon bei ihm seit längerer Zeit geplant ist oder geplant war. Und er jetzt sozusagen in den Rückzug muss, weil er jetzt gerade keine andere Wahl hat. Ja, die Vier der Schwerter ist immer so dieser Kontaktabbruch oder die Kontaktlosigkeit, die erzwungenermaßen stattfindet, weil hier eine Entscheidung schon im Vorfeld getroffen wurde oder getroffen werden musste, die mit euch hier gar nichts zu tun hat. Oder weil hier jemand einfach krank wird und ans Bett gefesselt wird, der sich jetzt einfach nicht rühren kann. Wie auch immer, es ist ein erzwungener Rückzug, den man nicht freiwillig macht oder in dem man nicht freiwillig drinnen steckt, der aber genau deshalb zum Nachdenken anregt und einem auch Klarheit verschafft. Entweder in Bezug auf euch oder in Bezug auf seine getroffene Entscheidung, um die halt dann nochmal zu hinterfragen. Ja, das ist ein Rückzug, wo man sich nicht ablenkt bewusst, ja, dass man zum Beispiel in eine Situation flüchtet oder sich zurückzieht, um sich abzulenken, um nicht damit konfrontiert zu werden, weshalb man jetzt eigentlich flüchtet. Sondern hier hat sich halt etwas angebahnt, was unvorhergesehen war und jetzt seine ursprüngliche, geplante Entscheidung nochmal hier hinterfragt. Ja, und mit dem Tod möchte ich hier was beendet werden oder wird etwas beendet. Und deswegen brauche ich jetzt nochmal eine Karte, weil ich ja natürlich wissen will und muss, was da jetzt beendet wird. Wird da die Affäre beendet oder wird da die Ernsthaftigkeit beendet? Ja, mit den Neun der Kelchen wird auf jeden Fall definitiv eine Entscheidung, die hier getroffen wurde, beendet. Weil er sich sozusagen für das Liebesglück entscheidet, ja, und nicht für diese ursprünglich getroffene Entscheidung. Und das hört sich schon mal ganz toll an. So, jetzt nehme ich mal die Lennys zum Klären. Ja, da gab es ein Date, da gab es einen Kontakt. Da hat man sich mit jemandem getroffen, was vielleicht erstmal harmlos durch SMS-Schreiben angefangen hat. Oder dass man sich vielleicht schon vorher kannte, aber es eigentlich auch, ja, ziemlich oberflächlich vielleicht war. Da hat sich etwas angebahnt, da hat man sich mit jemandem getroffen und dann hatte man eine leidenschaftliche, heiße Nacht, die etwas bewirkt hat. Die hat etwas entstehen lassen, ja, mit den Sternen. Da ist einem etwas klar geworden, was vielleicht ursprünglich nur eine Affäre sein sollte oder ein One-Night-Stand, etwas Unverbindliches sein sollte. Da hat sich aber hier etwas, ja, bewahrheitet, etwas geklärt, etwas klargestellt für diese Person, die einem dann hier, ja, den Kopf benebelt hat, vernebelt hat und man dann halt, ja, ein bisschen durcheinander gekommen ist, ne. Weil diese Nacht oder dieses Erlebnis oder dieses Treffen hat etwas bewirkt, was er nicht kannte. Denn ich wusste, ja, vielleicht war das auch schon in der Vergangenheit immer so ein Halodri, der sich auf Affären eingelassen hat, der die schnelle Affäre gesucht hat oder der sich auf solche, ja, One-Night-Stand oder, oder, oder eingelassen hat. Und auf einmal ist hier etwas passiert, ja, auf einmal hat hier etwas klick gemacht. Hier hat sich jemand bombastisch gefühlt, unverhoffterweise, womit er nicht gerechnet hat und das hat ihm jetzt natürlich den Kopf vernebelt. Und deswegen kann der auch gar nichts anderes machen oder konnte nichts anderes machen, wie dran zu bleiben, um diesen Unklarheiten seiner Gefühle auf den Grund zu gehen und zu schauen, was da los ist. Und hat dann erkannt, dass er hier eine Entscheidung getroffen hat, die womöglich falsch war und er deswegen auch, ja, in einer für ihn unklaren Situation ist. Ja, da haben sich Gefühle entwickelt, da hat sich was entwickelt. Hier der Page der Kelche, ähm, unverhoffterweise hat sich etwas entwickelt, was für ihn einfach sehr grandios war und sich richtig angefühlt hat. Ähm, er das aber hier noch nicht so wirklich mit in seine bisher geplanten, ähm, Entscheidung oder Lebensweise. Ja, wie wenn halt etwas Ungeplantes dazwischen kommt und jetzt weiß man halt nicht, was man machen soll, ne? Hier, da ist dann der Zwiespalt da und deswegen muss er sich zurückziehen. Wie gesagt, gezwungenermaßen. Puh, da sind drei Karten gefallen und ich muss sie dir zeigen. Du, die Liebe, das Herz und er. So, die drei Karten sind auf den Rückzug gefallen, auf den, ähm, erzwungenen Rückzug, weil er hier schon im Vorfeld mal eine Entscheidung getroffen hat, die nichts mit dir zu tun hatte. Und durch dieses Treffen mit dir ist er jetzt komplett durcheinander, ja, mit den Wolken durcheinander. Sein Gehirn ist vernebelt, ähm, weil das halt natürlich jetzt alles umwirft von seinen Plänen. Krass, weil er hier durch dieses Erlebnis, was ursprünglich einfach, ja, ein, 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 ein Abenteuer sein sollte, da hat sich jetzt total was entwickelt für ihn, etwas Ernsthaftes, etwas Festes, was ihn im Herzen berührt hat und dich natürlich auch, aber auch du hier im Zwiespalt bist, im Zweifel bist, weil du es auch für dich nicht einordnen kannst, für dich selber nicht deuten kannst, weil du vielleicht auch ganz andere Pläne hattest oder vielleicht auch einen ganz anderen Partner hattest, einen Herzensmenschen oder halt eben auch nicht, dann einfach dein Leben halt einfach auch geordnet war und jetzt stolpert hier so ein Mensch in deinem Leben, der alles umwirft und du im Herzen berührt wurdest. Und jetzt haben wir hier eine extremst interessante Karte als Klärungskarte auf den Tod geklärt. Die Lilien stehen für auch für das Reine, für das Wahre, für das Ehrliche, geklärt auf den Tod und der Tod ist hier in der Spiegelung auf den Ritter der Stäbe und der Ritter der Stäbe ist ja auch jemand, der sich, wie gesagt, nimmt, was er braucht. Das heißt, wenn der Lust auf dich hat, weil du ihn einfach körperlich total anmachst, dann lässt er sich auf dich ein, hat mit dir eine wunderschöne Nacht und danach geht er wieder seines Weges. Und mit einem solchen Menschen könnte man auch gar keinen Kompromiss schließen oder sowas, weil so ein Mensch darauf bedacht ist, sich zu holen, was er braucht und wenig Verständnis oder wenig Toleranz hat, um auf den anderen einzugehen, sondern sich halt einfach holen, was er braucht. Und das ist hier jetzt eben anders geschehen und deswegen liegt es hier auf dem Tod geklärt, dass diese Affäre, was einfach nur eine leidenschaftliche Nacht sein sollte, etwas bei ihm bewirkt hat, womit er halt einfach erstens nicht gerechnet hat und zweitens sich aber auch wunderwunderschön, ungekannt wunderschön anfühlt und deswegen möchte dieser Part, dieser Hochnäsigkeit, sag ich jetzt mal, dieser Ignoranz anderen Menschen gegenüber oder dir vielleicht gegenüber, wird hier sterben, weil dieses Einheitsgefühl, ja Einheit, dieses wahre Gefühl von Liebe, die Achtsamkeit, der Respekt in ihm entfacht wurde und er gar nicht mehr so auf diesem Level sein kann und weitermachen kann, weil sich hier etwas bei ihm bewegt hat, entwickelt hat, auf Herzebenen und darüber muss er sich halt, ja klar sein, aber es liegt ja hier schon mit dem Page der Münzen und mit dem König der Münzen unter einem sehr guten Stern und hier geht es halt eben auch um was Ehrliches. So, dann habe ich hier auf die Neun der Münzen die Sense. Da schlägt die Sense ins Liebesglück ein und nach der Sense brauche ich ja immer noch eine Karte, weil ich möchte wissen, wo sie einschlägt. Sie schlägt in die Belastung ein. Also schöner kann es nicht sein. Man könnte sogar sagen, dass hier nach den Neun der Kelchen es hier um diese eine Münze geht, die diese Affäre endlich beendet, wenn man jetzt diese Karte auch, die für die Harmonie steht, für die Ehrlichkeit, für die Wahrhaftigkeit steht, auch als Affärekarte genannt auf die Neun der Kelche und hier schlägt jetzt sozusagen die Sense ein, damit endlich diese Belastung auf diese Affäre rausgeht und man endlich diese Verbindung oder Beziehung oder Affäre in trockenen Tüchern legen kann und somit diese ganze Belastung ein Ende hat und man sich wirklich, wirklich aufeinander einlassen kann und sich gemeinsam etwas aufbauen kann. Ich würde sagen, es ist eine grandiose Legung zu einem grandiosen Zeitpunkt, denn wenn wir bedenken, dass wir morgen einen Neumond haben und es ja auch bei einem Neumond geht darum, Altes abzulegen und das hätten wir jetzt zum Beispiel in dieser Konstellation, dieses Affäre, weil hier haben wir Affäre, hier haben wir Affäre und hier haben wir den Tod, das heißt, dass man auch eine Affäre, die man hier oberflächlich im Außen gelebt hat, ablegt, beendet, um endlich diese Verbindung, diese Beziehung öffentlich zu leben und auch dazu zu stehen. Die Lilien stehen ja auch für die Klarheit, für die Wahrheit, für das Bodenbeständige, für etwas, was aus Mutter Erde spricht, also etwas, was Gewicht hat, etwas, was ehrlich ist, etwas, was Bestand hat und sich dafür halt eben entscheidet und dadurch geht halt eben auch die Belastung raus, weil diese Belastung lag in dieser Verbindung, in eurer Verbindung schon hier daran, dass man einfach auch sehr oberflächlich war, dass man vielleicht auch schon lange oberflächlichen Kontakt hatte, dass es irgendwie nie öffentlich gemacht werden durfte oder konnte und das war auch die Belastung, sprich zum Beispiel auch jetzt für eine Affäre oder Dreieckskonstellation, muss aber natürlich nicht sein, kann auch sein, dass man hier in einer Verbindung zu einem Menschen ist, der auch zugemacht hat, wenn die Gefühle zu stark wurden, wenn es zu intensiv wurde, der nie weitergehen konnte wie leidenschaftliche Treffen, leidenschaftliche heiße Nächte und es aber nie tiefer gehen konnte, weil er es nicht zulassen konnte, weil wie gesagt auch andere Vorstellungen, andere Pläne, eigene Pläne vielleicht oder was auch immer kann auch sein, dass es um Ordnung in einem Leben geht, wo man sich einfach schon etwas aufgebaut hat und jetzt keine Lust hat hier auf einen Störenfried oder auf Achterbahngefühle oder sonst irgendwas, aber hier geht endlich etwas zu Ende, was für großes Leid gesorgt hat, was richtig belastend war, hier geht eine Phase der Belastung, des Leides, des Kummers, mit der man sich aber arrangiert hat, ja, die Neun der Kelche ist ja auch eine Art Komfortzone in Bezug auf die Liebe, mit der man sich arrangiert hat, die man halt so hinnimmt und sich dabei aber auch ganz wohl fühlt, sie aber dennoch belastend war und auch hier schlägt die Sense ein, das heißt, dieser Belastung in der Liebe wird ein Ende gemacht, es wird zu Ende gehen und passt halt eben auch zum Neumond und jetzt möchte ich noch ein Steinchen ziehen, unabhängig, ich mache mal, ich nehme mal beide Steine, weil ihr auch hier beide gefallen seid, einfach auch zur Unterstützung für die belastende Situation, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, ein Stein für dich, tja, da habe ich den Rosenquartz und der steht auch dafür, die Liebe reinzulassen, sein eigenes Herz zu öffnen, empfänglich zu sein und das sieht man ja auch hier, dass du dir hier irgendwo nicht ganz sicher bist, du weißt nicht, ob du dem Braten trauen kannst, du weißt, du denkst vielleicht auch, dass er halt ein Halotri ist, dass du für ihn nicht mehr wie eine Affäre bist, weil er vielleicht auch gar nicht mehr würde wollen oder sich gar nicht binden würde wollen, deswegen schaust du hier so ein bisschen kritisch auch in diese Situation rein, denkst aber halt auch an dieses, wie alles entstanden ist und denkst natürlich auch im Gefühl an diese Verbindung, an dieses Erlebnis, wie schön es halt eben auch für dich war, mit den Sternen hier geklärt, auch etwas sehr Harmonisches, etwas Vollkommenes sozusagen, aber auch etwas Freies, ja, und deswegen ist es hier mit dem Rosenquarz für dich hier als Unterstützung gedacht, in die Herzöffnung zu kommen, in die Herzöffnung zu gehen und die Gefühle zuzulassen und jetzt noch ein Stein für ihn, da geht es ums Sprechen, Kommunikation und aber auch für die Klarheit einer Angelegenheit, passt natürlich auch auf die vier der Schwerter, die vier der Schwerter sind auch die blaue Energie, die blau ist, Kommunikation, Klarheit, Überdenken, Klarüberdenken, hier so wie die Sterne auch blau, die Farbe blau darstellen, klare Kommunikation, eine Entscheidung zu treffen, aus, also objektiv eine Klarheit zu treffen, ohne Zwiespalt und ohne Ängste und ohne dieses Hinterfragen, wenn und aber und was weiß ich, was da nicht alles dazu gekommen ist, also wie gesagt, für ihn ist es der Soda Liedstein für Selbstbewusstsein, auch für Mut natürlich, sich hier einzulassen, den Zwiespalt abzulegen und halt eben auch klar zu kommunizieren, klar zu denken, um halt eine klare Entscheidung diesbezüglich treffen zu können, um klar etwas Altes abzulegen, um sich bewusst darauf einzulassen, aber dafür muss natürlich erst eine gewisse Belastung, ein Zwiespalt raus und für dich wieder gesagt, wie gesagt, es ist der Rosenquarz, der auch für die innere Harmonie steht, die Herzlichkeit und die Liebe halt. Also es passt, wie gesagt, und vor allem die Zeit passt auch sehr schön. Ja, vielleicht hat man sich hier in der Vergangenheit halt lang genug ausgetobt und jetzt möchte man Nägel mit Köpfen machen. Endlicherweise. In diesem Sinne, meine Liebe, meine Lieber, wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn du magst, deine Sandra. eineそうですね, bis zum nächsten Mal. wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.